Bereitet euch auf die größte Enthüllung vor Willkommen auf dem Kanal, der die explosivsten Neuigkeiten aus der Sportwelt präsentiert Sport Highlights Heute sind wir hier, um ein Rätsel zu enthüllen, das alle in Spannung versetzt hat Offiziell, Vereinbarung abgeschlossen Die Nachrichten verbreiten sich wie ein Lauffeuer und die Spekulationen hören nicht auf Eine Vereinbarung wurde am Donnerstag offiziell vom Verein bestätigt Und alle wollen wissen, was passiert hinter den Kulissen Macht euch bereit für eine detaillierte Analyse voller Hinweise Denn das, was kommt, wird den Atem rauben Also verliert keine Zeit Abonniert den Kanal, aktiviert die Benachrichtigungen und seid bereit, dieses Rätsel zu enthüllen Das verspricht, unsere Emotionen in Wallung zu bringen Die Wahrheit ist da draußen, und wir sind hier, um sie zu euch zu bringen Bereit für dieses Aufregen der Abenteuer? Lasst uns beginnen FC Sportbus Christian Keller sagte zum Deal Dominik hat im Laufe seiner bisherigen Karriere sein Bundesliga-Niveau zur Genüge unter Beweis gestellt Während seiner Zeit in Bochum hat er zu dem gezeigt, dass er neben dem Zentrum auch auf der Außenbahn spielen kann Wir gewinnen mit Dominik insofern zusätzliche Kaderflexibilität und jede Menge Erfahrung hinzu Und wir sind uns sicher, dass er unsere Mannschaft mit seiner Persönlichkeit bereichern wird Der Innenvertretiger freut sich über seine Rückkehr Ich freue mich sehr, zum FC zurückzukehren Trotz meines Weggangs ist der Verein immer etwas Besonderes für mich geblieben, weil ich sehr gute Erinnerungen an die Zeit beim FC habe Dazu haben sich meine Familie und ich hier immer sehr wohl gefühlt Als sich die Möglichkeit ergeben hat, wieder für den FC zu spielen, war für mich sofort klar, dass ich das machen und dem Team dabei helfen will, eine erfolgreiche Saison zu spielen So"? So"? Untertitelung des ZDF, 2020